Hey Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video und heute dabei ist ein ganz ganz besonderer Gast und zwar der Daniel. Guten Tag Daniel Hallo Freunde Und ich finde, er hat einfach eine Engelsstimme Daniel, du hast echt eine super süße Stimme Du auch Okay, so wir werden heute eine Runde YouTuber vs. YouTuber in Minecraft Bad Wars spielen. Es geht wie immer um eine harte Bestrafung und heute geht es darum dass der Verlierer von uns beiden ein Band bekommt. Daniel hat gerade vorgeschlagen Hey, lass uns doch einfach um ein Band spielen Oh, wir sind beide genickt. Wir müssen Slash Annick eingeben. Du hast vorgeschlagen, lass uns doch um ein Band spielen. Genau Und das werden Freunde wirklich tun. Das heißt entweder ich werde als Owner vom Server gebannt für sieben Tage oder Daniel wird gebannt als YouTuber Oh ja Okay, gut. Ich bin sehr gespannt. Hast du schon eine Mapcard gewählt? Ja Okay, gut. Von mir aus darfst du sie wählen Dann würde ich sagen, es geht los. Oh, Super Mario spielen Wir spielst du gerne Super Mario? Oh ja Okay, super Also jetzt muss ich mich echt ein bisschen konzentrieren Jetzt geht es um einige. Jetzt wisst ihr als Owner sieben Tage sich selbst von Xaver zu bannen ist schon hart, Leute. Das ist wirklich hart Ich kann ja meine Kommentare schreiben, was ihr davon denkt Und Daniel, bist du denn gut in Bad Wars? Ich bin sehr gut Okay Also Daniel und ich haben vorhin auf Twitter geschrieben und da meinest du ja auch du bist der Beste Ja Ich weiß nicht, ob ich mir was Dummes jetzt eingelassen habe Sag mal, kannst du denn Farceputschen und sowas? Ein wenig Ich kann auch nur ein wenig Farceputschen Du spielen wir mit Gold? Du darfst das entscheiden, okay? Entscheid du mit was zu spielen Ich spiel ohne Okay, dann spielen wir ohne Gold Aber das allein zeigt auch schon, dass du gar nicht so schlecht wahrscheinlich bist Oh Gott Bist du schon in der Mitte? What the fuck Wie war dein Tag heute so, Daniel? Ganz gut Ganz gut Und deiner? Mein Tag war auch ganz gut, Daniel Das freut mich Bist du schon in der Mitte? Nee, du bist noch nicht in der Mitte Okay Ich glaube, das ist sogar die erste Runde, die ich mal ohne Gold spiele, Leute Also, wo ich mich darauf einlasse, dass wir ohne Gold spielen Oh Gut, dass du was gesetzt hast Hallo Ach, Daniel Okay Oh nein Nein Das könnte ein Fehler sein Das könnte echt ein Fehler sein Das Ding ist, ich habe noch einen Shader drin Geh weg, geh weg Geh weg Ich komme hier nicht weg Das war ein Fehler Was? Was war ein Fehler? Hä? Hä? Ach, du bist schon Was war das denn jetzt? Hä? Ich will nicht gebannt werden Daniel, lass uns doch mal drüber reden Okay, warte mal kurz Wir können gerne drei Runden Wir können drei Runden spielen Warte mal, Daniel Oh mein Gott Scheiße Kriege ich dein Bett noch? Hm Hm Hallo Okay, du machst mich nervös mit deiner stillen Art, weißt du? Hoch Was? Was? Geh weg, Daniel Lass uns nicht, lass das Bleib vor, du piss Nein Oh Gott, sowas kannst du? Ach nee Geh weg Daniel Nein 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 Shit Okay Ich glaube, du hast gewonnen, Daniel Oh ja Okay Hm Du, wir hatten uns darauf Wir hatten uns eigentlich vereinbart Ach Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll Ich will mich nicht sieben Tage bannen Du hast gerade gesagt, du hättest Lust, dass wir Best of Three spielen, ne? Genau Also wenn, muss ich mich da rauskaufen aus der Sache, weißt du? Also, das geht ja nicht, dass wir sagen, wir spielen hier um eine Runde, dann gewinnst du und dann spielen wir plötzlich drei Runden, das wäre ja unfair Hm Machen wir das so, Daniel Wir erhöhen den Einsatz, okay? Ja Ähm, sag mal, wie alt bist du? Ich bin zehn Du bist zehn, okay Dann machen wir das so, Daniel Falls du jetzt die nächste Runde auch gewinnst, dann hast du ja das Best of Three gewonnen Ja Dann, dann machen wir das so, dass wir zehn Ränge in den Kommentaren verlosen für den MeinSuch.net-Server und dass ich gebannt werde für sieben Tage Okay Falls ich aber die nächste Runde gewinnen sollte, okay, machen wir mal so, falls ich die nächste Runde gewinnen sollte, dann passiert einfach nichts, okay? Okay Also dann wirst du nicht gebannt, ich werde nicht gebannt und alles ist gut Machen wir das so Okay Wir nehmen diesmal diese Karte hier, Leute Vielleicht schaffen wir es auf der Karte Und ich mache unbedingt meinen Shader aus, Leute Das geht nicht, dass ich mit Shader spiele Ich glaube, ohne Shader wird es auch ein bisschen besser Du weißt was, Daniel Was denn? Wollen wir in dieser Runde mit Gold spielen oder willst du ohne Gold spielen? Okay, mit Gold Also spielen wir jetzt mit Gold? Ja Okay, dann ist es vielleicht ein bisschen zu meinen Gunsten Daniel, hallo Was geht ab? Oh Gott, das hat gut geklappt, das hat gut geklappt, weiter so Na, 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 na Wo ist mein Stick? Hier ist mein Stick Weg mit dir Nein Warum bin ich gesprungen? Sag mal, weißt du, ob das so ist, wenn man springt, dass man dann weiter zurückfliegt? Ich glaube schon Freunde, schreibt mir halt in die Kommentare Glaubt ihr, ich habe eine Chance gegen Daniel? Ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus Ich bin mir nicht sicher, ob du dich Du dich wirklich anstrengst, weißt du? Ich habe das Gefühl, dass du noch viel besser spielen könntest Oh ja Oh ja Verarscht du mich gerade, Daniel? Vielleicht Ach, gegen Daniel kann ich echt nicht gut spielen Der spielt so Nein, 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 Daniel Weg Ach, du hast die Hacke Ach, nee Ach, nee, was spiele ich denn hier gerade? Also wenn ich jetzt verliere, Leute, dann ist sowieso alles vorbei Ich glaube, dann kann ich das Ding an den Nagel hängen Hallo Ich habe eine Enderperle Das glaube ich dir nicht Das glaube ich dir nicht, Daniel Obwohl Ne, das glaube ich dir nicht, du warst nicht in der Mitte Du hast keine Enderperle Ist das ein Prank? Ah Ohne Scheiß, das ist mir das stressigste YouTuber, das ich bisher hatte Aber ich glaube auch, weil es um den für mich höchsten Einsatz heute geht Hallo Weg da Geh weg Weg mit dir Oh Gott Gut, boah Alter, das hat mir jetzt gerade ein bisschen erleichtert Daniel, ohne Scheiß Ich glaube, wir sind gute Gegner Weißt du, das ist ein spannender Kampf Wie bist du heute auf deinen Namen gekommen? Feuerwehr, Daniel Bist du bei der Feuerwehr? Nein, wegen Feuerwehrmann Sam Wegen wem? Feuerwehrmann Sam Das ist eine Kinderserie, oder? Ja Boah Nein, 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 nein Das ist doch nicht dein Ernst Okay Ich glaube, Daniel ist einfach ein bisschen besser als ich, Leute Ohne Scheiß Springst du runter, Daniel? Oder wirst du nicht runterspringen? Ich fühl nicht Ich fühl nicht Du springst nicht runter? Nein Damit es spannender ist Achso, meinst du, das wäre zu leicht, wenn du einmal runterspringen würdest? Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott Ich wurde so verarscht It's a prank Oh mein Gott Ätter Alter Hast du dich in deinem Baum gerade versteckt? Ja Daniel, du bist ein Arsch Du bist ein richtiger Arsch Oh mein Gott Ich fühl mich gerade Ich fühl mich gerade einfach ein bisschen Ja, ich fühl mich gerade echt ziemlich verarscht, Daniel Oh mein Gott Wie gesagt, ich bin der Beste Daniel Ich muss mich jetzt selber bannen Das ist nicht cool Das ist echt nicht cool Okay, Freunde An der Stelle erstmal Das bedeutet, Daniel hat gerade für euch 10 Ränge auf meinsucht.net erspielt Das heißt, schreibt doch mal euren Minecraft-Namen in die Kommentare Dann werden wir es auf Twitter auflösen in den nächsten Tagen Aber das Schlimmste kommt jetzt auch, Leute Ich muss mich jetzt selber bannen Daniel, darf ich dann mit einem zweiten Account-Option-Server drauf Oder darf ich das auch nicht? Nö Nö, darf ich nicht? Ja Aber ich kann doch Da kann ich ja keine Videos hochladen Und so Soll ich ja dann die ganze nächste Woche machen, Daniel Daniel Nur was anderes Das kannst du mir meinen Zuschauern nicht antun Doch Ich muss doch Videos machen, Daniel Darf ich nicht mit einem zweiten Account drauf kommen? Okay, darfst du Mit einem zweiten Account darf ich drauf kommen? Ja Okay, das ist lieb Dann habe ich trotzdem ein sehr schlechtes Gefühl, wenn ich mich jetzt selber bannen, Leute Ich werde mich jetzt vereinen Oh Gott, ist das ein komisches Gefühl Tschüss Daniel Man sieht sich dann vielleicht in einer Woche auf mein Sohnbuch-Net Fuck Du wurdest permanent vom Netzwerk gebannt Grundhacks-Hack-Client Du kannst mir einen Pannungsantrag auf mein Sohnbuch-Net stellen? Scheiße komme ich mir jetzt doof vor Alles klar Daniel Du erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg Danke schön Auch das Oh mein Gott, du warst einfach besser als ich Also es ist super fair An der Stelle Du warst besser als ich Vielleicht fordere ich dich bald nochmal raus zu einer zweiten Runde Hast du da vielleicht Bock drauf? Wenn du mich traust Wenn ich mich traue? Ich habe echt ein bisschen Angst Weil der Einsatz bei der zweiten Runde müsste ja noch höher sein Oh ja Ihr könnt ja was in die Kommentare schreiben Wenn ihr eine Idee habt für noch einen höheren Einsatz Wo ich mit Daniel eben rumspielen kann Daniel, ich danke dir erstmal, dass du hier warst Du warst ein sehr guter Gast Und ein guter Gegner Wirklich, ein guter Gegner Trotzdem bin ich jetzt eine Woche gebannt, was ziemlich doof ist Freunde, gebt doch einen Daumen nach oben dafür Checkt unbedingt mal den Daniel ab Der macht nämlich auch YouTube Und macht auch coole Videos Ich feiere seine Stimme übrigens des Todes Noch einen sehr schönen Tag Haut rein und tschüss Tschüss